Da sind wir wieder, Herr Kuhfeldt und ich, der Barty, zurück in Anno 1800. Nein, diese verdammten Piraten, die haben mein Schiff zerstört. Welches kleines Schiff? Ja, so ein Kanonenboot. Was sind die beiden, die nicht? Ne, ne, die nicht. Neue Ziele? Was ist der Rest? Wie viele Kanonen kostet sich eigentlich? Ach da, ähm, Kanonen, Linien, Boot, äh, 30. Hä? Ja, hallo! Oh! Ich bin Minus! Warum? Äh, kommen wir auch nicht raus aus dem Minus, aber... Ist einfach nur nervig. stillgestanden! Er hat mir rein! Gehen weg! Halt! Halt! Schuss! 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 Schuss wurde zerstört! Flieh, du Narro, flieh! 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 Ich wollt mal testen, wie stark die sind. あ! A tue- dipion! A tue- dipion! Tue- dipion! G Всемbummauch, gr rrr! Aber du hast natürlich viel Geld verloren. Dapetit 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 Dapetit. Chef, da will Schoß. Natürlich kommen hier die Piraten zur Hilfe. Jawohl, gute Piraten. Wie schmeckt dir das? Das wird nicht gut in der Zeitung stehen. Das war so... Für meinen Zorn. Ich wollte dich mal ein bisschen aufmuntern. Ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es hat dir wehgetan. In der Seele. Schiff unter Beschuss. Mir hat es wehgetan. Warum haben wir bestimmt wieder Minusgeld? Leute, was stimmt denn mit euch in der Birne nicht? Hast du jetzt überhaupt ein Schiff verloren? Ja, ja, habe ich. Habe ich, habe ich. Gut. Ich habe eins verloren. Wow. Oder zwei sogar. Könnte auch zwei gewesen sein, aber... Ich hoffe es. Ah, ich meine, das Verhältnis zu... Zwei Linien-Schiffen gegen zwei Fregatten ist halt ein bisschen traurig, ne? Pssst. Hier geht es nicht um das Verhältnis, Barty. Nein, nein, nein. Es geht um die Ehre. Also, diese Bierschwankung, ich kann sie nicht ausgleichen. Ich habe einfach keine Kohlen. Das ist einfach zum Kotzen. Ich kann hier auch nichts machen, ne? Ich habe kein Geld. Wenn ich mal ins Plus komme, und fast da, wo ich sein will, äh, hopp, Pech, Minus, im Arsch. Ich möchte nicht genug hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Obwohl ich genug Ohrstoffe habe. Das ist doch noch ein Schnapsproblem, oder was? Yes, das mache ich hier, Leute. Nur am Saufen. Ganze Lippe, doch, ey. Und wieder im Minus. Es ist zum Kotzen. Ich schrei gleich, wie ein kleines Kind, ey. Es gibt es doch einfach nicht. Ich schrei gleich, wie ein kleines Kind. Hilf mir, Herr Kofeldt. Nein, ich bin nicht. Nein, hilf mir. Ich brauche ganz dringend Geld. Absolut krass. Ihre Majestät ist nicht zugegen. Ah, wie sieht man mal das Ranking? Ranking? Äh, wenn du in die Diplomativ, auf das Diplomatiefenster gehst und mich dann anwählst, dann haben wir hier so einen Vergleich bei Militär und Wirtschaft. Bei Militär bist du jetzt besser, weil ich wahrscheinlich den Indienschiff verloren habe. Aber bei Wirtschaft bin ich besser. Wo sehe ich das nochmal? Du hast gerade dich gesteckt. Möchtest du gehört? Äh, bei der Karte. Ja. Darunter das mittlere Feld, Diplomatie und dann gehst du auf mich und dann siehst du das rechts. Ah. Gut, es ist eine relativ simple Aufstellung. Neu von zehn gegen ein 49 auf 35. Hm. Schon hast du mehr gute, weil du drei Inseln hast. Und jetzt drauf wetten, dass es deswegen ist. Wenn ich Geld hätte, hätte ich wahrscheinlich auch schon drei Inseln. Ja. Was bringt mir endlich so ein Besucher, Kai, außer Besucher? Besucher, Brüsten. Au, au. Bringt mir das irgendwie Geld? Hm, Frage. Beschießen wir uns auch vor dem Königspalast? Nein. Oder ist das irgendwie eine freie Zone? Das ist eine neutrale Zone, würde ich sagen. Kurs gesetzt. Kann ich mein Schiff irgendwie sagen, Feuer einstellen? Geht das? Äh, ich glaub nicht. Willst du da hin, wo ich grad bin? An die Segel und Rass. Ich will hier doch handeln mit denen, ja. Äh, dann geh ich weg. Schiff unter Beschuss. Auf Kurs halten. Ja, hört doch auf, hörte. Nett von dir. Äh, mein Magen krampft wieder. Äh. Schiff, was machst du da? Hörst du auf, Kufel zu verfolgen? Ich fliehe im Handeln. Unmöglich. Ja. Endlich. Okay. Hier steht das jetzt grad nicht, ne? Was denn? Der, der verkäuft Eisen, äh, achso, der will Kohle haben. Okay, alles klar. Scheiße. Der Typ leitet mir einfach 25.000, aber warum? Was? Dieser Sir Blake. Ein Schiff in erster Klasse. Da stand grad, leitet Ihnen 25.000, aber... Ich seh das Geld nicht. Warum? Keine Ahnung. Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Ich bin aus wie Geld. Aber ich hab das ja nichtmals. Ich bin aus wie Geld. Aber auf jeden Fall hat der grad gehandelt. Vielleicht kommt das da her. Dadurch konnte ich die Varieté bauen. Und... Nähmaschinenfabrik. Ich bin aus wie Geld. Ich bin aus wie Geld. Muhierdeh. Warum hasst mich die Welt? Sie halten uns ganz schön auf樓 Ich halte euch ganz schön auf. Es dürfte es bald keine Pierpropäne mehr geben, nein. Die sagenhaften Länder existieren wirklich? Hm, weiß man. Ich komme hier jetzt mal auf stabiles Einkommen. Hast du eigentlich schon eine Dosenfabrik? Nee. Hm. Jetzt habe ich das Appes gemeinsam. Setz dich lieber in den Schatten, Hefe. Kann ich vielleicht mal noch einen Hochofen bauen, wenn ich so viel Eisen habe? Kann das so gedruckt werden? Kann das so gedruckt werden? Hm. Leibhaft, dich zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für sie tun kann, egal was, sagen sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Das sollte sie ablenken von... sehr schön. So mag ich meine Zeitung. Meine Wahrheit ist die einzig richtige Wahrheit. Was? Nein. So ein Quatsch. Meine Wahrheit ist die richtige Wahrheit. Ah, nicht auf den Lügner. Mann. Okay. Das sind doch keine mageren Seiten. War das Mau gerade bei dir? Das was? Äh, ein Mau gehört? Äh, nee. Mau war hier nicht. Okay. Mau, Zitong. Hm. Mau, Zitong. Mau, Zitong. Mau, Zitong. Achso. Äh. Es soll ein Pokémon-Spieles erschienen. Mhm. Wirst du das Spiel? Oder spielst du überhaupt Pokémon? Nee. Warum bist du so uncool? Hahaha. Hahaha. Wirst du das Spiel? Ist das gar nicht dein Job? Nee. Okay. Reizt mich immer. Bist du auch nicht mit Pokémon-Edition aufgewachsen und so? Nee. Du bist echt ein komischer Junge. Hahaha. 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 Ah, er hat schon wieder ein 2-0-Linien-Schiff, wunderschön D, 1 Ne, ich wollte gerade sagen Alter Cortana Ich habe mir jetzt mal so ein Spiel rausgeschmissen Haha, ich habe Cortana, für deine Hilfe Du bist die allerbeste So, jetzt möchte ich gerne das Dosenfutter realisieren Oder das andere Ding realisieren Dafür, dass du nichts realisierst Ich bin sehr frech von dir Magst du mich nicht Jetzt haben wir doch eigentlich ganz harmonisch zusammen gespielt Und jetzt kommst du da Ganz harmonisch Krieg gespielt Ja, das... Äh, ja Ja Wir haben einen ganz harmonisch Krieg Na, oh fuck Aber Handwerker, wo sind sie denn? Alle nicht mehr da Warum kann ich dich nicht? Ah, deshalb kann ich dich nicht Ach, im Ernst ist auch schon außerhalb der Reichweite von dem scheiß Markt Dann bleibt er eben der Slum ist mir egal Ich brauche hier nochmal Anti-Slum-Wall Sondern damit ihr mit dem alles um den Sack geht So, weiter ausbauen Ich muss größer werden, ich muss wachsen Ja, zu gehen wir doch hier Muss der Kuhfeld mit Lidien-Schiffen überrennen Versuch es doch Wenn ich welche habe, schicke ich sie zu dir Versprochen Schön Kann ich denn übernehmen? Wie ein HM-Pyre mit dem Priestern Oh, meins Das war noch Zeit Ich gehe da an und kam mit dem Aratzarmie vom Priestern Und dann dachte ich, nein Geh weg Geh einfach weg So Richte ich mal eine neue Route ein Wohin? Routest du? Ähm, von Kizunien Ähm Kizunien Äh, Kleidung Wieso? Ich stehe jetzt auf Kizunien Schön, Tau Du bist bei mir So Der lädt Waren auf Und bringt sie hier hin Also auf sozusagen Das macht mich so verrückt So Oh nein Er plant wieder was Immer die Welt der Herrschaft Oh Ja So Jetzt läuft die Nehmaschinenfabrik hier auch mal Auf Touren Oh, Alter Alter, echt Jetzt Und das ist die Nehmaschinenfabrik Wo sieht immer cool aus Wirklich cool aus Also ich wieso deine Routindustrie da sehe Denke ich mir einfach nur Wie machst du das? Meine ist viel größer Sonst hast du eine bessere Wirtschaft Okay, du bist noch der bessere Spieler Ich ziehe es ja ein So Achso Mann, ich sage es immer automatisch Ja Ich habe keine Angst Für mich ist es auch öfter so So, so Die So-So-Folge Ja Krass Ach ja Nur noch eine halbe Ewigkeit sparen Dann habe ich es ja geschafft Genau Du schaffst das schon Mhm Oh, da kommst du Ich glaube, du berennst mich Aber ansonsten war das cool Ja Kann man so sagen Nett von dir Ich weiß Oh, Schindtout hat an Attraktivität verloren Danke, Schindtout Mhm Warum seid ihr alle so gewaltbereit? Hallo? Aufstandswahrscheinlichkeit sehr hoch Wie geht das denn? Ja, die erkennen einfach, dass es bei mir besser ist Schweig Ich will aber keine Aufstände Warum sind die so akronisch? Ich verstehe es nicht Vielleicht, weil ich keine Steinstraßen habe Die deswegen angepisst Ist nicht meine Schuld Ach so, fuck you Ich kann nirgends hin damit Ach so, ne, Steinstraßen Das ist Jokri, glaube ich nicht Das sagst du jetzt, um mich zu verwirren Um dann natürlich zu gewinnen, oder? Ne, ich habe auch keine Steinstraßen Sagst du, um mich zu verwirren Um dann natürlich zu gewinnen Hä, wieso? Wo, wo, wo ist die Wo Wo ist die Weberei zur Schäferei? Hier ist einfach nur eine Schäferei Ohne irgendeine Weberei Brauche ich nicht mehr Schiff vom Stapel gelaufen Sogegeben Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit Plus zwei an die Piraten Ich weiß nicht, warum ich bedanke Hier alle auch glücklich Schon mal gut Wow Totenfehler Au Na gut Hä? Hä? Warum machst du nur eins? Hast doch gerade alle gemacht Warte ich's gerade? Hast du das vorgegeben, so wie ich's machen, oder was? Über zwei gegen, ne Hä, nein, ich verstehe gerade auch noch nicht Zum Beispiel zwei Ich mach das jetzt mal weg Ah, das sind wir schon zwei So Ich kann gleich mal Varieté bauen Ja, ach Endlich Mein Geld ist futsch Okay Ein Feuer ist gebrochen Die Schnapsbrennerei läuft Ich kann mir keine Felder rissen Ich kann mir keine Felder rissen Ich kann mir keine Felder rissen Was hast du denn da ist? Ein Felder? Welcome to my Mein Leben Alter, was macht ihr denn denn falsch? Schnapsbrennerei Ihr Ihr verrückten Hündler Ihr Die Schnapsbrennerei ist in die Luft geflogen Einfach der Wahnsinn 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 Ja, 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 ja. Ey, das gibt's doch nicht. Wann bin ich jetzt eher im Minus? Schiff unter Beschuss. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Tschüss, Schiff. Tschüss. Wir verteidigen unsere Besitztümer und die Familien, die darin leben. So, dann kann ich jetzt nach und nach die Kleidungsproduktion in Türstecker abbauen. Aha, hast du ausgesourcet, ja? Ja. Ich frag mich nur, wo die ist. Ach, das war nur Dings. Ich dachte, das wäre ein Lava-Haus. Ich dachte, das wäre ein Lava-Haus. Ich weiß nicht, was da was los ist. Ich bleibe immer wieder im Minus. Ja, so ging's mir auch. Jetzt bin ich im Fluss. Und mir geht's gut. Schön, dass es dir nicht gut geht. Nein. Weil das Outsourcing, was du da gemacht hast, hat natürlich einen Vorteil, aber auch einen Riesen-Nachteil. Bitte was? Ich hab nicht zugehört. Das Outsourcing hat auch einen Riesen-Nachteil. Ich kann das sein, was du da hast. Weil du musst, da es ja eine physische Wirtschaft ist und du musst ja Zeug da haben, um es auch zu verkaufen. ist hier eine transportstrecke also du musst so viel anliefern dass bis zunächst anlieferung vorrat vorhanden ist wenn du das nicht schaffst machst du minus und verliesst auf ihr geld aber ich hatte hier es ist nur auf kleidung bezogen und ich habe ja im lager noch 143 kleidung also daran kann es nicht liegen ich weiß nur eine theorie wenn du sagst du hast das alles im griff ist ja gut so schiff und der beschuss halbe stunde die zeit vergeht zu schnell oh ja okay aber an die leute fürs einschalten schön dass ihr dabei wart erst gern auch mal ein abo und like für herr kufeld da der hat es verdient und damit uns darüber freuen und genau bis zum nächsten mal oder tschüss tschüss so 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 so